So, moin moin und willkommen zurück, selbe Stelle, neue Wille, Trivolos, Let's Play, eine neue Runde Project Ozone 2 im Kappa-Mode und bei mir mit dabei der Nightliner 25. Jo, moin. Jodendach. So, erstmal einen Schluck Kaffee genommen. Ja, jetzt geht's heute mal so ein bisschen hier ans Eingemachte. Heute machen wir mal was ganz, was Feines. Ich habe es zwei gemachte. Und zwar brauchen wir als erstes mal die vier Kollegen. Dann brauchen wir hiervon eins, zwei, drei, vier Kollegen. Und dann weiß ich gar nicht, haben wir hier nicht. Okay, das bedeutet, wir müssen draußen, draußen ran. Warum draußen hin? Und zwar hier an diese Kisse. Und dann brauchen wir viermal das Zeug. Dann brauchen wir einmal das Zeug, das wir nicht mehr haben. Jetzt habe ich mir gedacht, dass früher oder später dieser Tag kommt. Was ist das für Zeug? Minizio Seeds. Das ist einer zu viel. Minizio Seeds haben wir nicht mehr auf Lager. So. Nö. So, Dalle. Hier sind wir. Und jetzt müssen wir einmal natürlich den Magneten ausschalten. Ansonsten funktioniert das alles wieder nicht. Jetzt brauchen wir dann Imperio. Und wir brauchen die vier Skelette. So, dann lassen wir mal arbeiten hier. Arbeiten, arbeiten. So, Werkzeugkiste müsste ich eigentlich irgendwo meinen komischen Zauberstab-ähnliches Bonschenteil drin haben. Dann in der Kiste diverse. Ja, diverse. Also sowieso alles ein bisschen durcheinander noch vor dem Livestream. In der Zwischenzeit wäre... Ach nö, das ist schon fertig. Tja, das ja, das ja hier... Boah, das geht ja hier rocky zocky. So, zack und klack. Wir haben unseren Skeleton Seed. Mit dem Skeleton Seed gehen wir erstmal los und schnappen uns hier ein bisschen Zeug von. Ja, drei Stück. Und sagen so und sagen so. Das ist nur, dass wir zwei Stück davon haben, weil einen brauchen wir gleich nochmal. Und einen... Naja, einen ziehen wir dann halt wie immer hoch. Was wir jetzt brauchen ist ein bisschen Temperio. Temperio. Oh ja, der passt hier fast genau. 36 Stück brauchen wir nämlich einmal. Und dann brauchen wir noch einmal vier Stück. So. Ähm, wie weit war das hier eigentlich? Ach ja, 51 Stück. Ja, da müssen wir uns noch ganz dringend und ganz unbedingt etwas einfallen lassen. So. Hat der Flo schon mal hochgezogen wahrscheinlich? Ja. Wenn ja, hat er gut gemacht. Wir brauchen... Wir brauchen jetzt hier in diesem Kino ein Skeleton Seed. Viermal Temperio. Und was noch? Die vier Wisserköppel. Und vier. So. Das haben wir schon mal. Was wir jetzt noch brauchen, was wir jetzt craften müssen, ist ein bisschen komplizierter, glaube ich. Wir wollen nämlich so ein Soulbein da, ne? Soulbein da heißt das Zeug nicht? Oder wird es anders geschrieben? Wie wird es denn geschrieben? Auf jeden Fall diese Gaia-Dinger, glaube ich. Gaia-Spirit. Wenn ich sie hier, dann weiß ich es. Nein, das sind die Dinger. Hier haben wir es. Spirit Binder heißt das Ding. Okay. Spirit. Also ich hoffe, dass wir genügend von den Dingens eigentlich noch haben. Aber ich meine, wir hatten vor kurzem mal drüber gesprochen. Von Dingens? Von den Neter-Sternen. Ja. Vom Gaia hatten wir noch genug, das weiß ich noch. Nur, ich weiß nicht mehr, wie das aussah mit den Nether Stars. So. Und auch hier werden wir natürlich einen wieder für die Zucht nehmen. So, kommen wir jetzt zum Spirit Binder. Jetzt muss ich nur gucken, wo wir die Neter-Sterne alle haben. Nein, im System drin ist. Ja, 25 Stück. Ich weiß nicht, ob das Gaia und das andere Zeug, haben wir alles im System. Eins, zwei, drei, viermal. Viermal das Ganze. Mal eben so, mal eben so Flux fertig gemacht. Ich brauche dann jetzt noch Temperio-Blöcke. Viel an der Zahl. Und dann brauche ich jetzt den ollen Seed hier hinten. Da muss ich doch nochmal in meine Werkzeugkiste. Und suche eine Gießkanne. Ja, bin ich blöd oder was? Jetzt ist das scheiß Ding weg. Oder was? Oder bin ich einfach nur blind? Wer ist denn die Gießkanne? Möchtest, ähm, Watering Can Reinforced. Keine Ahnung, wo das Ding abgeblieben ist. Da, siehste. Nur übersehen. Dann können wir das wieder wegmachen. Also ich muss sagen, diese Suchfunktion mit dem Doppelklick. Früher habe ich die echt gehasst. Und mittlerweile muss ich sagen, es ist gut, dass es sie gibt. Die hat mir schon so manches Mal den Arsch gerettet. Ja. Kann das sein, dass diese Wither Skeleton Skull Dinger, boah, die sind so lahmarschig beim Wachsen, ne? Ja. Es könnte aber auch sein, dass sie was unten drunter brauchen. Nein. Das werden die Nächsten brauchen. Ähm, okay. Weil jetzt kommt es nämlich, wir stellen den Seed schon mal her. Den einen ganz bestimmten Seed. Den stellen wir schon mal her, aber wir können ihn eigentlich noch gar nicht irgendwo hinsetzen. Kommt aber noch. Geht mir darum, es geht mir hauptsächlich darum, dass wir ihn schon mal haben. Kommt schon noch. Der dauert jetzt auch ziemlich, ziemlich lange. Der braucht auch ziemlich, ziemlich viel Mana, denke ich mal. Weil der gute Neter-Stern zieht, wie er denn so schön heißt, oder Neter-Star-Seed. Der wächst nicht einfach so. Nein. Sondern der braucht unter sich Awake Draconium. Natürlich. So, Awake Draconium. Wie kommen wir an Awake Draconium? Ich hab's vergessen. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie man da rankommt. Das war mit einer Explosion und sowas alles, ne? Warte mal. Ähm. Das, ähm. Ja. Da müssen wir, wir kriegen, pro Herz kriegen wir vier von den Blöcken. Da brauchen wir vier Draconium-Blöcke. Ja. Wir müssen das Herz drauf schmeißen und eine Explosion. Und ich glaube, das kriegen wir sogar hin. So, fertig ist der Neter-Star-Stern und zieht. Und damit haben wir dann auch wieder eine Quest im Alpha-Bereich. Bravo-Bereich. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Irgendwann haben wir auf jeden Fall so ein Ding wieder fertig. Draconium. Draconium-Ingots. Wir nehmen uns 63 Stück einfach mal mit. Ja, jetzt ist natürlich die Schmelze dauerhaft belegt, ne? Ja. Gut. Dann lass dir was einfallen, wie ich jetzt an Draconium-Blöcke komme, wenn ich die nur gießen kann. Ja. Ja. Ich kann die echt nur gießen. Hm. Warte. So, hier habe ich so offen. Ich dussel. Ja, ich kann sie nur gießen. Darüber haben wir jetzt nicht nachgedacht, dass wir die Schmelze doch vielleicht nochmal brauchen könnten. Vor allem die Draconium-Blöcke, ne? Mein lieber Flo, die können wir auch wirklich nur gießen. Also das heißt, wir können da nicht mal irgendwie mit dem Dingens arbeiten. Oh. Okay, wir werden jetzt einmal die Schmelze durchschmelzen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis wir gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt gedacht, damit wir nicht nochmal solche Fehler machen. Es gibt von Draconium Evolution gibt es so ein tolles Buch. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein paar Blöcke. Ich nehme mir da schon mal 64 einfach raus. Und ich crafte einfach für jeden von uns einmal dieses Buch. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich habe mir nur das Rezept in unserer kleinen Aufnahmepause angeschaut. Und das Ding heißt, Draconium Evolution Information Tablet. So, wo bist du? Ich bin unten bei der Dämonenstahlherstellung. Boah, das ist ja voll der weite Weg. Hier einmal, zweimal, dreimal. Dann muss ich dreimal hier runter. Ja. Hier, bitteschön. So, es lohnt übrigens nicht, wenn wir das Ganze jetzt hier irgendwie weiterverarbeiten lassen. Also, automatisch weiterverarbeiten lassen. Weil wir brauchen immer wieder Zwischenschritte. Und demnächst werden wir wahrscheinlich auch gar kein Draconic Evolution... Äh, Draconic Evolution. Red doch nicht so ein Blödsinn. Ähm, kein weiteres von diesen Draco... Demon Steals heißen die Scheißdinger. Nicht... Wie komme ich die ganze Zeit auf Draconik? Naja, egal. So, wir schauen jetzt erstmal hier. Was haben wir denn da? Charge Draconium Block. Nee, den wollen wir nicht. Wir wollen den Awakened Block, wollen wir sehen. Bin ich dran vorbei? Kann das sein? Draconium Ohr, Dust. Draconium Ingot. Item Dislocator. Awakened Draconium Block. Äh... Pfff... Seaset Dragon... Okay, wir sollen uns die Drachenherz. Da haben wir das. Dragon Heart on the Ground. An activist with an explosion. Äh... Ähm... Achso. Siehste, da haben wir es nämlich. Wir sollen die... Draconik Chors. Wir brauchen auch noch Draconik Chors. Ach, das ist auch noch. Ist ja gut, dass wir jetzt so vorbereitet sind. Ja. Ich glaube... Ich glaube, da war ich ein bisschen zu voreilig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir die Draconik Chors. Ja! Da war ich leider ein bisschen zu voreilig, Freunde. Dann, äh... Machen wir Plan B. Möglich, dass das eine auch mit dem anderen zusammenhängt eben. Weiß man nicht so genau. Bei mir weiß man das ja nicht so genau. Okay, pass auf. Das ist jetzt relativ einfach, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen Induction Smelter. Aus... Jetzt haben wir Expansion. Während Flo sich da gerade lautstark wieder so einen Joghurt reinmuffelt. Ja. So ein Redstone Reception Coil und dann dieses Ding und fertig ist der Induction Smelter. So weit, so gut, so schön. Dann als nächstes brauchen wir einen Cobblestone... Haben wir sowas überhaupt? ...Frame. Wo kriegt man jetzt so einen Cobblestone her? Ja, wir brauchen schon wieder einen Cobblestone Frame. Oh, da haben wir jetzt gar nichts von. Zack. Einmal so einen Empty Machine Frame. 1, 2, 3, 4 mal. Mit Quite Clear Glass und Silicon. Wir haben kein Quite Clear Glass mehr. Machen wir nicht schwach. Nein, einmal nicht. Glas. Gib mal ein Stack Glass, weil Quite Clear Glass ist ja immer so das geringste Problem. Einmal dies, einmal das. Quite Clear Glass. Dass dieser Bug einfach nicht gefixt wird, ne? Das wundert mich immer noch. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen hier noch so ein Ding. Oh Gott. Oh, haben wir alles da. Sehr gut. Sehr schön. So. Ein Cobblestone, eins Cobblestone Framework. Haben wir. Als noch. Dann als nächstes. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Alloy Smelder. Gibt es da nicht auch eine Alternative eigentlich von Ender.io? Gibt es da nicht auch einfach nur einen Smelder? Ich glaube nicht, oder? Ne. Ich werde einen Alloy Smelder aus dem Dings abreißen. Von unten. Boah, das geht ja mal gar nicht. Halt, wir brauchen nicht eine Deep Storage Unit. Doch, wir brauchen im Prinzip, im Prinzip, ne, im Prinzip musstest du eventuell gleich was anklemmen. Wir brauchen nämlich eine Enderkiste. Haben wir sowas noch da? Ja, wir haben sogar eine uncodiert. Äh, was ist denn nochmal der Code für, für Ingets und so weiter? Rot, rot, blau, glaube ich, ne? Auch, ja. Was heißt auch? Ja. Geht halt einfach nur ins System rein. Ja, ja. Müsstest du aber gleich auf jeden Fall noch was anklemmen, soweit ich da im Ding ins fertig bin. Im Last Millennium, hätte ich fast gesagt, in der Mining World. So, die Kiste hätten wir auch. Und jetzt geht es um Augments. Augments. Und zwar brauchen wir diese hier. Augments Secondary Receive. Das ist, äh, damit der sekundäre Output hochgeschaltet wird. Und dafür können wir gleich auf jeden Fall die großen nehmen. Die Level 3. Also es ist nicht mehr so, dass man 1 für 2 braucht, 2 für 3, sondern jetzt kann man 3 hier direkt craften. Und das machen wir einfach auch mal. Drei Augments gehen, glaube ich, in so ne Maschine. Ja. Nein? Doch, in der Resonante. Doch, ja, ja, warte mal. 4 Plätze hab ich hier jetzt in der Resonant. Dann hast du irgendwas raus. Ist doch nicht Resonant, die ist doch hardend. Wieso ist der denn jetzt hardend? Mal verarschen oder was? Wie hast du jetzt aufgesammelt? Ja, der ist hardend. Hast du den grad gebaut? Ich weiß es nicht.